So, und das sind wir auch, in der neuesten Mission, Find and Kill Target. Wir haben so einen Mordauftrag. Sag bloß, das ist in der Nähe hier. Okay. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen hier so ein bisschen dominiert, das Ganze. Ja, haben wir. Ja, also durch Zufall sind wir jetzt hier die Chefes. Und jetzt müssen wir ja jemanden umbringen. Wir sollen jemanden töten, jemanden, der sich wirklich nicht so gut anstellt und sich gegen uns gestellt hat. Und es ist in der Nähe von der Basis des Gegners, die wir ja schon in der letzten Folge infiltriert hatten. Hier geht's runter. Ja, wir müssen runter. Sammelt aber die Sachen auf. Hier könnte es wieder interessant werden. Ach, ihr seid schon unten. Ja, keine Zeit zu verlieren. Oh, es geht aber zu Dach hier. Ja, ja, Vorsicht, hier lag mal Hilfe rüber. Genau. So, geht da euch. Dem gebe ich ne Ohrfeige. Die ich gewaschen habe. Tatsch, und da der halbe Stelle direkt. Ey, diesmal geht das nicht hier durch. Obwohl doch, man kann es öffnen. Was liegt denn hier auf dem Boden? Ach, nur broken. Wir müssen Kabel reparieren. Ja, genau. Oh, Kabel? Wie geht das? Hier, bin da dabei. Das ist ne Sicherung. Zack, zusammengeheuftet. Immer noch blockiert. Aber Kabel ist repariert. Ich hab ne Sicherung gefunden. Hier ist noch ein Kabel kaputt. Ach so. Ja, vielleicht bringt die Sicherung Ohr. Da müssen wir bestimmt hinten einsetzen. Hier. Hier ist auch noch was. Mal gucken. Hier, muss ne neue Sicherung rein. Drei Stück. Nummer eins. Arschloch. Arschloch. Tschüss. Ich hab eine. Das müsste dann reichen. Okay. Auftrag machen. Ach, wir müssen hier hinten einbauen. Nicht an der Thürich, Hans. Da war da der. Hier ist noch Kabel, oder? Los geht's. Strom steht. Höhe ist offen. Oh Gott, Lautstärke. Auch hier wieder. Oh nein, das geht hier wieder in dem Level. Haus kaputt. Kannst du nicht. Was kommt hier raus? Was ist das? Hier. Gab's. Oh Mann. Das ist mal ein guter Western-Sound. Wieso ist das wieder so ein Level? Oh Gott. Wir sollen jetzt den Typen von der Bundy herlegen, weißt du? Ja. Von der Family. Hoffentlich ist er direkt da oben. Wir müssen quasi wieder da zurück. Beim letzten Mal fuhr ich da gewesen. Walle, hier liegen noch Sachen. Cool. Ah, sehr gut. Gute mal, Hart. Danke, Alter. Müssen wir hier runter? Nee, hier hoch. Stimmt. Da ist noch das Lager. Aber hier liegen noch vor noch Sachen, oder? Ja, da ist was zum Looten vielleicht. Bisschen Stoff nur noch. Dann kann ich schon das erste Medikit machen. Also läuft ganz gut. Wollt ihr zu? Vielleicht müssen wir doch runter. Nee, remove barricade. Okay. Hier sind noch Kisten verschlossen. Wo seid ihr? Bumm. Bumm. Wachtet doch auf mich. Are you ready? Nee, nee. Kommt der Tootoo. Meine Waffen mal nachladen, wenn ihr könnt. Vielleicht wird es auf jeden Fall noch ein Samba-Sans geben. Das ist hier nur die Ruhe vor dem Sturm. Vorsicht, da ist so eine Tonne, die ist übel. Was machst du denn da? Da kommen viele, Benni. Hier ist noch Stoff. Oh mein Gott, was eine schmetzlerische Heiterkeit hier. Leute, Leute, Leute. Oh nein, Mucke wieder irgendwoher. Woher? Keine Ahnung. Du müsstest mir helfen. Ja, ich komme. Ich bin bei dir. Hänge, ich hänge. Raus. Oh, diese scheiße Ausdauer immer. Gut gemacht, Benni. Schon geil. Wenn du mir so durchraged. Oh, was ist da drin? Wir müssen mal hier was machen. Ey, hier ist ein Wagen hier, weil das Fensterputzer... Oh nein, Achtung, Bloater! Weg da! Bin ruhig. Achtung! Feld! Oder? Nee. Staunen. Äh, müssen wir hier hoch? Ja, wir kennen das ja auch nicht. Ja, das müssen wir suchen. Weiß ich nicht. Aber ich denke... Ja, komm mal, Rayslift! Oh nein! Das macht mega die Lautstärke. Hät sie mal lieber gewartet. Nee, das macht nix. Das ändert nix an der Skala. Aber wir müssen nochmal runterkommen. Wir können jetzt hier deswegen... Doch, das war doch voll laut, oder? Das ändert nix. Nee. War gut. Okay, alle hoch. Wer will nochmal? Er hat's noch nicht. Alle hoch jetzt, zack und... Ja, los geht's. Das nenn' ich mal infiltrieren, ey. Aber hier sind nur Zombies, gar keine Menschen. Ja, aber sag das mal nicht so laut. Vielleicht hat er sich vor unserem letzten Angriff versteckt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht mehr deren Basis, wirklich. Sieht man ja. Boah, das ist so krass, wenn man diese harten Schädelstärke macht. Au, pass auf. Okay, Vorsicht mit dir. Lass ein bisschen zurückgehen. Lass sie erstmal hier ranlocken. Achtung, hier ist auch ein explosives Fasten in der Mitte. Vorsicht, Toto, links. Floater. Lässt sich fallen. Bam. Der ist weg. Man muss eigentlich einfach nur hinrennen und wieder zurück. Die lassen sich ja von selber fallen. Schön. Floater, Achtung. Nein, den weg. Vorsicht. Komm, ich trigger ihn. Ah, super gemacht. Noch ein bisschen Gedärme links und rechts, aber alles gut. Hm, lecker. Also bisher ist das ja richtig easy im Verhältnis zu den letzten Mission, aber warten wir erstmal. Die Balle. Ja. Komm mal gucken hier. Moment. Oh, oh. Kommen alle zu mir. Was macht ihr beiden, die Zwillinge? Guck mal. Achtung, Leute. Dreht euch mal um und helft mir. Ja, da kamen. Sehr gut. Boah. Ja, jetzt aber. Guck mal, da fehlt der Kiefer. Ich brauche nur noch Stoff, leider. Den Rest habe ich genug. Nur noch Stoff müssen wir. Okay, Gegner. Balldämpfer raus. Du hast jetzt mal kommen, oder? Ich habe das noch nicht gesehen. Oh nein. Oh nein. Das war's. So viel dazu, das ist zu easy. Heiß Alarmanlage. Boah. Sollte nicht hier neben dem Fass mich verstecken. Woher war das? Du schickst dich auf. Oh. Wir werden von hinten von Zombies überrannt. Komm, komm. Komm, stell nach oben, Benni. Komm, stell nach oben. Da sind Schilder eigentlich. Oh Gott. Kann doch nicht sein. Ihr lebt noch. Verdammt, ich bin ja nicht. Wir haben wir. Oh Gott, Benni. Boah, da sind sauviele in dem Lager. Okay, das ist gut. Die schießen mich down. Die kommen hier hoch. Vorsicht, lass die erst mal, Toto. Fotze? Oh, liegt auch. Okay, kein Stress jetzt. Musste flüchten. Oh, das Tor ist zu. Benni, komm hier hoch. Komm hier hoch. Oh, ich bin. Die rennen jetzt in den ganzen Zombies entgegen. Die müssen jetzt gegen den Zombiemassen selber kämpfen. Wir mischen uns gar nicht ein. Die kriegen das selber nicht klar. Ich hab einen neuen Weg eröffnet. Ja, genau, aber das brauchst du gar nicht. Komm hier hoch. Ja, mach ich. Vielleicht sogar gar nicht so gut jetzt. Aber da vorne müssen wir auch hin, ne? Stimmt. Fire the Flare Gun. Nee, da müssen wir, ich muss, wenn wir den erledigt haben am Ende, ne? Ach nee, das müssen wir sogar jetzt machen. Escape, wir haben ihn schon erledigt. Was, das war einer von denen, oder was? Wir müssen nur escapen. Das war's dann schon, das ist ja lächerlich. Okay, let's go. Oh. Hilfe! Nö. Sorry, ich escape jetzt. Nö, wir sind da. Ja. Hä? Das dauert noch ein bisschen, bis ihr kommt. Eine Minute 26. Komm aufs Auto. Wieder auf die Stelle zurück, Leute. Das war super da. Oh, der hat mich angespuckt. Bin wieder da. Verdammt, jetzt sind Arschloch einen abgesetzt. Ich hab ihn in Herzkiste, guck mal. Geh die Hände. Was denn? Es läuft doch. Hotze, nein. Ich hatte keine, ich hatte keine Chance. Ja, ein bisschen mitten da drin gespuckt, ne? Ja. Okay, wir können die anderen, das ist also noch der kümmerliche Überrest der anderen Bande, der Familie. Alter, jetzt wird's doch. Scheiße, gerade hatte. Gleich kommt die Riesenhorde. Gerade hatte, gerade hatte, gerade hatte. Boah. Mich hat erwischt, aber ihr könnt mich holen. Ja, ja, können wir so. Das kann ich, mach ich mal im Schlaf, du. Hast du gehört? Noch 30 Sekunden. Ich liege, ich liege. Hilf mir hoch, hilf mir hoch. Ja. Verdammt, Scheiße, muss ich Kopf einziehen, Toto. Hotze, wir können mich so nicht retten. Macht nix, lass mich liegen. Okay, pass auf, da vorne ist das Auto. Aber wir müssen uns den Weg frei ballern gleich. Ja, jetzt geht er. Genau da hinten, frei machen. Da kommt jetzt die Horde. Da ist das Auto, das Auto steht. Ich bin durch. Ich auch. Was muss ich jetzt machen? Ich bin durch. Du hast mich. Hard incoming. Oh nein, nein. Wir müssen alle hier hinkommen. Get all players hier hin. Get all players hier hin. Nooo. Verdammt. Leute. Wir müssen alle hier warten. Wir müssen alle zusammen schaffen. Wir müssen nochmal zurück in die Position, Benny. Macht keinen Sinn. Das geht gerade, oder? Ne, da kommen viel zu viele. Das ist vergetet. Nein. Wie sollen wir hier durchkommen? Vergetet. Aufs Auto drauf? Komm er da drauf irgendwie? Boah. Ich liege. Nein. Ich werde es nicht lassen. Nein. Ich liege. Nein. 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 Wir standen doch. Get all players hier hin war aber auch nice, ey. Muss ich sagen. Jetzt weiß ich aber, warum die Pester da standen. Ach Freunde, ey. Das ist doch ein Absturz, ey. Oh Mann, ey. Heilige Scheiße. Okay. Das ist nur passiert, weil wir zweimal so Pech hatten mit der Horde. Alter, ey. Ich lache mich kaputt. Wir müssen diese Lärmquellen direkt eliminieren. Ja, wir waren so gut. Das war voll easy eigentlich. Geil. Just try again. Wie viele haben wir uns jetzt gef... Also eigentlich hätten wir nur da alle hingemusst. Wir hätten die Mission gefasst. Ja, das war ein... Ja, das war ein Witz. Das war ein Witz. Hätten wir das gewusst vorher. Hätten wir auf alle gewartet. Ja. Weißt du? Ich dachte wir kommen einfach raus aus dieser Hölle. Oder hattest du noch so Ehrenvoll geht ohne mich? Ja, genau. Ah, schön. Einen müssen wir ja immer opfern. Ja, das wusste ja keiner, Leute. Sorry. Schön. Ein neuer Versuch, neues Glück, würde ich mal sagen. Okay, Leute. Jetzt geht's wieder los hier. An dieser wunderbaren Stelle. Wer kennt sie nicht? Ja? Wir sollen immer noch das Target töten. Und dabei sind Hotze, der Toto und immer noch der Benni. Wow! Attacke! Und wahrscheinlich haben alle, ne? Jetzt will ich jetzt mal kurz erwähnen. Patsch! Den hab ich mal mitgenommen. Wahrscheinlich haben... Oh, heilige Scheiße, ey. Das ging aber schnell! Ja, ich muss mich konzentrieren. Kann nicht reden. Scheiße! Wisst ihr was, so ein bisschen... So fehlt so eine Sense, wo du direkt so mehrere in den Kopf wächst mit. Ja, mehr Nahkampfwaffen, ne? Aber das ist alles noch Beta halt jetzt gerade. Ja, das stimmt allerdings. Wow! Aua! Ah, ich bin alleine hier! Ach, das sind das... Oh, ich hab fast kein Licken mehr. Ich bin auch alleine! Eskaliert, Jungs! Ich bin auch gleich down! Ich bin down! Nein! Wir holen nicht, wir holen nicht zurück. Keine Sorge, alles gut. So. Was wohnt da oben? Das war sicherer. Deswegen lebe ich noch. Kehotze, schneller... Oh, guck mal, guck mal, Toto. Wir haben hier viel Arbeit vor uns. Oh Gott. War nur in der Schläfe getroffen leider, aber nicht tödlich. Patsch. Mal ein bisschen Ausdauer kurz wieder und hinter uns ist frei, alles. Also, also... Hotze liegt. Ja, schon länger. Wir kämpfen uns gerade durch. Ich renne mal zu Hotze durch. Denk dir mal ab. Ich hab das Ding schon zusammengeflickt. Okay. Oh, hinter mir? Ja. Ja, Mann. Sehr schön. Danke. Gerne, gerne. Hey, seid ihr alle ready? Wir müssen die Musik ausschalten. Nicht scheiße auf die Manage. Wenn sie wieder kommt. Ach nein, wir müssen das Ding hinten jetzt nochmal drehen. Oder was? Verdammt, das ist blockiert. Die Kabel, oder was? Ach, das Kabel wieder reparieren. Ja. Aber das liegt jetzt anders. Oh, Vorsicht, hier ist so ein tricky Shit. Eins hab ich repariert. Bei euch aus. Alles gut, bisher. Reparier? Ja, ich reparier weiter. Hier ist jetzt so ein, so eine, so eine Kurbel. Das haben wir schon bedient. Hier ist noch ein Loch im Kabel. Ja, hier, hier, ich hab's. Ich nehme so einen ganz entspannten Typen. Musik ausmachen. Schnell. Oh nein, nicht das Auto auch noch. Okay. Supergut. Das ging ja mal ordentlich. Hallo. Da hat er nur seinen Kopf gelassen, der Gute. So. Kommt mir bekannt vor, die Gegend. Zack. Noch ein bisschen Metall. Mal. Oh, bald ist es soweit. Nicht mehr viel, dann kann ich uns sogar noch ein neues. Alter. Was war das? Was? Was hab ich gemacht? Ihr habt alle kein Leben mehr. Ich hab gar nichts gemacht. Irgendwer hat eine Granate geworfen. Ne, ich nicht. Ich hab meine noch. Ne, ne. Da war's der Toto. Der ist auch so schweigsam gerade. Da war's. Der. Der sagt einfach ja nicht. Der sagt einfach ja nicht. Das ist der ist, das ist ja auch der Zwilling. Ja, da war's. Ganz viele Zahlen oder zu diesem Vorteilhaften position. Vorsicht der Dinger, welcher Boden? Die kriegen wir nicht am Schädel der Versorgung. Warum lass es mal runterkommen? Ja, das ist wohl. Und der Nächste, bitte. Gebt mir übrigens meine Medic-Sachen im Moment noch auf. Jetzt ist es Zeit für uns. Hier, gönn dir. Oh, let's go. Sehr schön. Ab nach oben, wo ist der Betty? Ich habe mich schon, ich bin gleich beim Endgegner. Achso, cool. Was? Ja, jetzt wird es asozial. Ich bin gar nicht verwendet, ich bin voll vertreiben. Bei welcher Endgegner? Ja, das Target halt. Achso, das Target. Ich verstehe. Der Enemy. Ich habe ich vorher noch mal kurz was hergestellt, weil ich die Umladung war, du Arsch. Klein Zombie. Okay, wir sind gut gerüstet, also wenn wir sie jetzt verkacken, sind wir selber schuld, muss ich ehrlich sagen. Wir sind immer einfach zu dumm für das Spiel. Oh, oh, Vorsicht, Benni. Nein. Oh Mann, ey, ich war gerade so gut dabei. Oh, Vorsicht. Pratsch. Und der nächste Nummer. Okay, komm auf. Wir sind wieder tot. Ja, nur noch. Hotze wieder tot. Nein, das muss noch, aber nicht mehr lange. Ja, ich bin mir leid. Prozent sie sind die Läder als Niemes was alle in der Karte war da oben wir brauchen das ganze Leben da kommt eine hohe und eine hohe und eine hohe und eine hohe da auf die Füße er hat den Alldrauch Bruder Prozent 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 Nr. Oh Scheiße! Dickerchen! Ihr wisst Bescheid, ne? Vielleicht sollten wir erstmal ausglühen. Aber da kommen eh so viele Zombies nachher, wenn ihr rumgebeileitet. Und nicht auf die explosiven Fässer. Oh, da kommt so ein Dicker. Achtung, der fällt gleich. Richtig dumm. Ihr müsst nur zu denen hinrennen. Also an denen vorbei rennen quasi. Dankeschön. Aber hat sich aber gelohnt sogar. Das füllt sich jetzt sogar ganz aus. Nice. Oh, 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 oh. Raubenzieher Salz. Vorsicht, Leute. Dickerchen. Lässt sich fallen. So, guck mal hier mal. Stopp, jetzt mal. Jetzt machen wir ein Spiel. Stopp, Moment. Lass uns nicht die Angaben bringen. Das immer. So, Vorsicht. Greif mich an. Nicht auf die Fässer auch, ne? So, der ist da. Nur den anderen jetzt hier, guck mal. Oh, der hat hier keinen Helm mehr. Ist ja nur halb so spaßig. Aber auf den Körper hauen. Auf den Körper hauen. Nö. Oh, auf den Körper hauen. Schlafschwarz. Ich öffne die Tür. Seid ihr bereit? Ihr könnt schon mal da oben in Position. Genau. Oh, da oben. Seid ihr sicher, dass das die beste Position ist? Ja, weil wir jetzt noch das Ziel eliminieren müssen, ne? Ja. Okay. Vollstreck geschossen. Oh, wir machen so einen Lärm. Ja. Bisschen schnell. Der Ziel ist noch nicht markiert, irgendwie. Ja, der ist noch nicht da. Ich sehe den nicht. Diesmal ist es schwerer. Da ist er, da ist er. Der Dicke mit dem Schild. Okay, ich muss mich kurz halten. Hotze, hier oben. Hier oben. Komm, stay in. Nein. Oh fuck. Wir haben ihn fast getriggert, die Wende. Ich hole Hotze. I can do this in my sleep. Was ist der Typ? Steht der hier vorne vor der Mauer? Ja, ja. Der ist noch Medikid-Apparat im Notfall. Noch im Rucksack, falls ihr gewohlen müsst. Nachher. Ich kann von hier nicht schießen, leider. Kann nur einer hin. Okay. Der ist hier vorne. Oh, er kommt jetzt. Ich habe ihn. Nein, nicht tot. Aber passt. Autsch. Was für ein Pisser. Kommt jetzt. Sehr schön, er ist down. Okay. Auf zum Tor. Der ist schon, Benny. Jetzt die Flair hittet halt die Welle. Ja. Ist egal. Da soll man da oben gehen. Da ist aber noch einer, ne? Dir ist egal. Die können ruhig gegeneinander. Das ist egal. Wir müssen eigentlich noch. So, jetzt überlege ich halt, ob es nicht clever wäre, hier hochzustellen. Direkt hier vorne zu warten, ne? Ja, hier. Weißt du? Pull. Ihr müsst noch nicht eins haben. Bleib da, bleib da Hotze. Das ist hier vorne. Super. Da oben kannst du bleiben. Toto viel mehr. Hotze muss ein bisschen zurück. Hotze muss ein bisschen hier zu mir. Komm mal hier hoch. Einer kann hier zwischen. Benny, komm bloß hier hoch jetzt. Ich räume von hier unten ein bisschen auf. Mach ihn jetzt nicht schwach, Alter. Komm hier nicht hoch. Wo? Geh weg. Komm hoch. Hochspringen. Wehrtasse. Oh Gott. Ich sehe ich schon, komm. Oh, er schießt er noch nicht. Und schießen ab, schießen ab. Hier bin ich doch sicher, oder? Ich muss gerade einmal ein paar Mal stehen. Hier bist du... Ja komm, kannst du dich hier auf die Mitte? Guck mal. Hier, guck mal, wo ich jetzt stehe. Hier, komm ich nicht drauf. Geh mal in die Mitte und probier das mal. Du musst eigentlich nur vor euch schlagen, wo keine sind. Der Typ sind 10 Sekunden da alle hier safe. Benny, was machst du da eigentlich für Sperenz? Wenn du jetzt gleich da gefangen wirst, ne? Wir müssen jetzt nur da hinlaufen. In 5 Sekunden er packt sogar rückwärts für uns ein und schiebt die Zombies vorbei. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Hin. Was hin jetzt? Ich bin da. Hin, 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 hin. Oh mein Gott. Wir müssen es jetzt nicht schaffen. Toto schnell hin. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halt. Jaaaa! Jawoll. Jawoll. Oh, voll noch mein Gesicht gerotten. Hey, das hätten wir beim letzten Mal auch schaffen können, wenn wir da direkt hingerannt wären. Alter, Alter jetzt. Aber okay. Endlich. Ist das so ne 10 Minuten Mission, ne? Ja. Ehm, machen wir die letzten 10 Minuten Mission auch noch, oder? Was? Das sagst du jetzt. Von wegen. Ja, ich will euch nicht zwingen zu was. Die soll doch ein bisschen schwerer sein. Ja, ich glaube, da werden wir nicht nur einen Anlauf brauchen. Ah, das schaffen wir doch jetzt locker. Boah, wir können doch mal reingucken, oder? Das kann doch nicht. Gucken wir mal rein. Okay, also wir brauchen jetzt nicht zurück zu Camp Anderson. Wir machen jetzt das letzte, was es hier in der Beta zu spielen gibt. Hier kam schon ne neue Expedition, habe ich gerade bekommen. Hä, was denn? West End, ja, die eine. Oder Anderson Camp Walker Attack, oder haben wir die eh schon gemacht? Das können wir auch noch mal machen. Das war dieses eine, das habe ich auch noch nicht freigestaltet. Ich muss jetzt West End machen. Expedition. Help any survivor in the area. Das ist vielleicht auch mal was anderes. Das ist aber auch in der Ecke wieder. Mach mal Walker Attack, Benni. Jetzt aber, die Verteidigung beginnt. Oh. Oder auch nicht. Ich hab voll den Leck, yo. Hui. Nein. Jetzt aber. Ja. Ja. Hoffen wir, dass es jetzt mal funktioniert, ne? So. Oh, ich hab viel zu viel Munition genommen eigentlich. Da liegt schon ein bisschen. Hier vorne können wir auch noch wenig spazieren. Und einer geht irgendwo noch. Ein barbed wire. Barbed wire. Barbed barb. Okay, Planken direkt auch einstöpseln in die Hose. Da gehen noch zwei in die Hosentasche. Ein bisschen modifiziert immer mit einer neuen Waffe. Was? Okay. Da ist der Reparaturansatz. Setzt. Okay. Das war doch solide. So, jetzt alle zurück. Munition holen, ne? Und soweit alles. Bretter. Mit einer schönen neuen Wuffe. Wumme. Wie heißt sie eigentlich nochmal? FX irgendwas oder so. Kleine MP hab ich jetzt mal. Die ist ganz gut eigentlich. Gefällt mir. Ich denk mal... Hin vom Binden. Horde. Horde. B. Ich gucke mich erst um die Resten. Jetzt baue ich mal. Oh. Da sitzt schon ein bisschen was an der Reparatur. Die andere Seite. Ich reparere. Ich geh jetzt nur in der Mitte. Ich hab keine Planken mehr. Macht wer anders das? Schön. Ich geh nur in die Mitte. Verdammt. Oh, das war mies. Hinten. Von hinten. Ja, sehr gut. Ich muss jetzt Munition mir dringend auch organisieren. Irgendwie. Oben. Vordere Tür. Oh. Ich bin unterwegs. Okay. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Oh nein. Da fehlen nur noch Planks, verdammt. Nur noch ein paar. Einmal rein. Ja, sehr schön. Oh, krass. Schön, schön. Unsere Chance. Okay, nur noch zwei Stück. Dann läuft der Hase. Mitte. Sehr schön, Leute. Sehr schön. So muss ich es schon haben. Sorry? Das war's. Wir haben kurz Ruhe. Jetzt einfach aufladen mit allem, was geht. Planken vor allem. Okay, die kommen jetzt in die Alley. In der Gasse hier sind sie. Erste Reparaturstufe steht. Zweite auch. Ah, ich hab keine Bretter. Verdammt, tot schnell weg. Hey Leute, wir brauchen hier Verstuhlkung. Wo seid ihr? Ja, wir sind hier. Ich hab Bretter. Okay, bau, 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 bau. Bau, bau. Und weiterbauen, weiterbauen. In der Mitte die Planke. Schön. Und drauf da. Sehr gut, sehr gut. So, ich muss jetzt leider einmal Muni holen. Äh, wir müssen zur Hintertür. Wir sind da drin. Kein einzigen Schuss mehr, verdammt. Okay, ich nehm die Pistole jetzt nur noch. Es sind viele. Benny, Molotow. Hier ist es an der Zeit. Ich komme. Ich hab keine Muni mehr, Leute. Ich muss da jetzt Muni holen. Ich setze aber gleich noch meine Flanken. Oh, fuck. Scheiße. Ich hab auch übelst einer bekommen. Ich schieb ich auf. Danke, Leute. Die erste Reparatur steht. Ich hab keine Maßnahme mehr, nichts. Weitere Reparatur hab ich auch noch rein. Zweite Reparatur auch. Ihr müsst nur noch daran irgendwie. Ton Munition irgendwie. Oh Gott, ich schlieb. Weiter kämpfen, weiter kämpfen. Und dann freiraum. Hohle ich, hole ich daraus. Hohle ich daraus. Kämpf an, um den Typ. Ich hole sie. Ich hole sie. Der Benny, ich hole den Benny. Benny. Ja, ist um. Sehr schön. Benny, du bist noch muted, ne? Ja, übrigens. Immer so zu irgendwo. Oh, okay. Boah, Alter, was ein krasses Lagerfeuer. So. Das kann doch nicht sein. Ich muss hier durch. Boah, Alter. Ich hab, ich hab, nein, ich hab keine Planks, verdammt. Oh, ich hab noch. Bau rein, bau rein. Renn einfach durch. Ja. Richtig gut. Oh Gott, Munition. Hier sind die, die, die müssen wir trinken. Hier, die müssen wir töten, die Ziele. Da ist noch das andere Ziel. Zack. Noch einer. Aber lass erst mal aufladen. Stopp, tötet den jetzt noch nicht. Tötet den noch nicht. Lass erst mal kurz alles suchen, damit wir wieder fresh sind. Planken und so, bevor es dann direkt weitergeht, wisst ihr? Ja, ich bin voll. Weil wir können jetzt ein bisschen Zeit stellen. Ich hab noch keine Planken. Und ich hab auch keine Munition. Hier, wo mein Haus. Aber es ist nicht übergegangen. Oh, der wurde getötet irgendwie. Egal. Äh, wo ist er? Er ist schon tot. Irgendwie von alleine gestorben. Shit. Okay, Planken und das hab ich alles. Neue Bälle. Ich kann jetzt zwei Medi-Säcke herstellen. Immerhin. Ich hab ja nur Pistolen-Munition, Leute. Ah, verdammt, hier gibt's Muni. Okay, ab zu Ellie. Okay, alle, so Ellie. Ist das eine krasse Nummer hier. Hier hat die linke Seite repariert. Okay, die Mitte. Ja, mega. Okay, ich steck neue Planken holen. Okay, ich hab jetzt auch Muni. Komm, ich komm bestimmt. Ja, wusste ich. Hintertür. Hier ist auch nochmal Muni rechts, falls wer braucht. Direkt zu machen. Kommt. Ja, ja, gute Idee. Ja, ich komm mit. Nur um die Mitte. Wir fehlen uns Planks. Ja, noch. Zack, mega. Super gut. C, 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 Punkt C. Ich muss Flanken und Planken nehmen. Nicht vergessen, Leute. Ja. Was hast du denn hier? Okay, ich fang sie an zu reparieren. Achtung, Bloater. Wer gleich hochgeht. Ich bin nur noch in der Mitte. Ah, ein bisschen angesifft. So, passt auf, Leute. Ich setz hier in den Rucksack hin, falls wir brauchen. Lebensenergie, Hotze. Riele überall. Okay. Alarm aktivieren? Brauchen wir nicht gerade, ne? Doch. Mach ruhig. Warum? Wir kommen doch bestimmt... Ach, da kommen die Alliähne. Ja, Mann. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Mission completed. Yeah. Ja, das ging ja dann doch noch. Das ist mal gut gemacht. Ja, solide Meisterarbeit, würde ich sagen. Ja, hat Laune gemacht. Krass. Bin ich gespannt auf die nächste Runde. Eine neue Mission. Eine Rettungsmission. Mal wieder hier, äh, bei dem, bei dem Bösen. Sag mal, ich fahrt mich... War die Geise vorher noch nicht da? Haben die die Geise genommen? Wenn wir diese Geise nicht helfen, dann werden wir sie zu einer bestimmten Tod. Wir benutzen unsere Kraft, um andere zu helfen. Also raus da und sie finden. quickly. Da kennen wir es auch schon. So, hier die Gegend kennen wir. Ne, wir müssen schon wieder hier rein. Wer, wer glaubt, wer's glaubt, wird selig. Um die letzte aller Beta-Missionen abzuschließen. Und ihr könnt ja mal sagen, äh, vor allem unter das Video nachher bei YouTube, ob ihr dann vielleicht noch mehr Beta-Volgen sehen wollt, beziehungsweise von dem Full-Game Folgen sehen wollt. Oder ob ihr sagt, boah, nee, das reicht. Wege mal einschlagen muss. Ich hab' auf jeden Fall Kisten für mich entdeckt, muss ich ja sagen. Ich glaub' leider nicht immer. Oh, 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 ich wurde umzingelt. Was machst du denn, Benni? Hm? Kämpfen. Touch. Oh, verfehlt. Verdammt. Guck mal hier oben, ist voll schön. Das ist die Fun-Strategie. Boah, der hab' ich voll aufscht. Voll gesplasht. Verdammt. Na gut, dann geh' ich jetzt mal hier runter. Oh, ich hab' ne Batterie gefunden. Oh. Ja, und ich hab' ein, äh, Überbrückungskabel gefunden. Oh, das muss doch hier zusammenstehen haben, oder? Ja. Aua, warum schlägst du mich? Ich hab' schon was mit'n'm Auto. Ja, komm, wir bauen uns ein Auto. Und Fuel. Geil, wenn wir jetzt fahren, können wir natürlich der Shit, der Flugwagen. Wusstest du, dass dein Charakter einen Namen hat, die älter sind, als, als, äh, der Charakter von den anderen? Benni? Wer? Bennis. Hä? Wie, was? Bennis Charakter hat Namen, die sind älter, als die von den anderen. Ach so. Als, 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 als die, als die anderen überhaupt, weißt du? Bin ich schon so lange so gescheinbar hier in der Walking Dead unterwegs hier, in der Suppe. Sag mal, müssen wir hier auch leise sein? Ja, wieder, ne Frau? Oh ja. Ich war's nicht. Ich war's. Find the power source. Start the engine. Na gut, das lass ich mal lieber sein. We'll need a battery and fuel for this. Batterie, ne? Ja, wir brauchen die Batterie. Wer hat die Batterie? Ich komme. Hier vorne. Vorne. Ich hab auch noch ein paar Teile. Hast du einen Sprit-Tank? Nee. Dann müssen wir suchen. Was macht die denn? Tanzt der mit den Zombies? Tanzt er aber mit mir. So war das doch. Genau. Ja, richtig. Schön, Benni. Da ist einer am Krabbeln. Hm. Habt ihr gefunden? Nee, der muss da hinten sein. Was braucht der, was brauchen wir denn jetzt? Was hab ich denn da? Kanister. Benzinkarnister, nee. Hier. Oh, voll versteckt an der Wand. Oh, hier sind noch Kissen. So, jetzt die Überbrückungskabel. Hab ich's doch. Hast du? Und ich hab noch Batterien-Shit, falls wir noch brauchen. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, ja, super. Können starten. Ja, so kann man auch reinkommen, ne? Mach den aus! Wo ist das denn? Das war gut. Das war gut. was er, wie ist das? Das war gut. Ja, das war gut. Was hast du haltet? Was hast du gewonnen? Das war gut. Nicht zu schlimm. Ok, hier kennen wir uns ja auch raus. Nett hier eigentlich. Habt ihr eure Waffen mal nachgeladen? Warum? Wir haben ja nur geschnatzt. Ja. Ihr könnt immer einen Schuss mehr reintun, ne? Ja, das habe ich auch gemerkt. Stimmt. Und deswegen ein Schuss rett uns vielleicht. Das könnte lebensrettend sein. Oh, da fällt ja schön weit raus, du. Was? Ja, der hat sowas wie... Nee, der hat gesagt, das ist noch nicht das Ende. Ist es aber. Jetzt glauben wir uns selig. Alter! Wer war das? Wie konnte das passieren? Wo liegt ihr? Du hast die Falle ausgelöst. Ist das eine Falle? Ja, da sind wir ja eben auch reingetappt. Ach so. Da, Benni, guck mal hier. Hier, hier liegen die Verbände noch. Hier liegen jede Menge Verbände. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich glaube, das ist natürlich auch voll die falsche Waffe für die Nummer. Nicht schießen. Ja. Warum schießt ihr auf einmal? Ich habe geschossen. Weil ich ein Assi bin, weißt du? Ja. Diese ganzen Bestien. Stirb er nicht. Ja, manchmal sterben die einfach nicht. Die will nicht sterben. Meine Fresse, ey. Das hast du nur davon. Nice. Oh, der ist ja ausgewichelt. Oh, liege. Wollte mich gerade banalieren. Da kam er um die Ecke. Das war ja easy. Hier durch? Soll ich öffnen? Nee, hier. Ach, kannst du das öffnen? Hier ist auch ein Loch im Zaun. Dann lassen wir das. Wir sind in Verschwendung. Nett. Hinter uns. Und da. Okay. Das kenne ich doch hier. Ja. Von der letzten Mission. Ja, quasi. Ich find den User. Ach so, ein Licker. Aua. Falle? Du musst dir aufpassen. Nicht, dass wir in den Fallen laufen. Schöne Dickerchen hier. Ich verfehlt den Arsch. Find the key. Hätten wir das gewusst, hätten wir den zwei Mal schon beim letzten Mal mitgenommen. Ach. Schön gemacht. Oh, hier sind wieder Menschen. Hm. Ja, jetzt wird's ärgerlich. Aber lass jetzt mal kurz die Zombies hin. Äh. Hier kann man die Tür ausmachen oder sowas. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die sehen euch schon voll, ne? Hinten sind noch Zombies. Runter hier, Toto. Hotze. Oh, das war echt ein bisschen über... übereitrig. Und seine sind kräftig. Okay, eine Horde haben wir getriggert. Oh, fuck. Granate. Oh, fuck. Mhm. Mhm. Da kommt die Horde von hinten. Die kommen mal da rum. Ich bin nicht zu alt für das jetzt. Wir gehen dir hier Lager. Sind drin. Zombies kommen hinter dir, Achtung. Scheiße, macht keinen Sinn. Achtung, dem Typ von hinten. Ich komme hier nicht hoch. Hier kann ich bleiben. Hauptsache nicht die nächste Welle, äh, triggern. Achtung, wir müssen den Schlüssel... Ja, wir müssen die jetzt irgendwie kontrolliert ausdezimieren. Hier liegen auf jeden Fall ein bisschen Sachen rum, wenn ihr braucht. Tu mal einen Molotow rein. Verdammt. Da kann ich nicht bleiben. Okay, wir müssen den Schlüssel finden. Okay, wir müssen den Schlüssel finden. Oh Mann, ey. Das war auch wieder Knappofix vom Teufel. Wo hast du denn geschehen? Hier hinten. Ich bin ja drinnen. Und der Base, hier ist auch keiner mehr. Ihr könnt ruhig kommen. Tommys hängen halt alle an euch fest, ne? Wo hast du denn hingeschaltet? Hier oben, wo ich stand eben. Boah! Scheiße, hab ich mich erschreckt. Oho. Oh, die kommen alle hin. Ja. Aber der Schlüssel muss auch hier drin sein, denke ich. Ja, irgendwo muss der Schlüssel sein. Wahrscheinlich bei einem von denen, oder? Ich hab ihn. Sehr gut, Toto. Sehr gut. Der ist ein, genau. Sehr schön. Okay, wo mussten wir den Typen befreien? Da vorne, in 43 Meter. Okay, Hotza hat alle angelockt. Sehr schön. Sehr schön. Gut abgelenkt. Nee, die waren doch schon da. Ist aber nicht schlecht. Ja, ja, nee. Ich meine, du hast dich schön zu dir gezogen. So? Ach du Scheiße. Bleib lieber hier oben stehen? Ach du Scheiße, hier. Ich bin beim Typen. Wir sitzen hier drin im Knast. Ich komme. Hier kann man gut rüber, Leute. Wir haben es. Kann man so richtig über die Dixies und Sachen rennen alle. Das war eigentlich auch der Plan ursprünglich. Wahrscheinlich hier. Wenn ihr so... Okay, hier. Tür auf. Key needed. Wo ist der Schlüssel? Wer hat den Schlüssel von euch? Ich. Toto, mach auf, mach auf. Wir müssen mal befreien, den guten Typen. Das ist die Rettungsmission. Komm her! Komm her! Warte, du Scheiße! Ja, uns geht's ganz gut. Ah, hier rein. Oder was? Hier. Wo geht er denn jetzt hin? Achtung, das Tor öffnet sich. Natürlich die Frage, wie weit er mir folgen kann. Oder ob der jetzt richtig beschissen reagiert. Leer? Oh Gott, jetzt kommt eine Horde. Mal gucken, ob die mit uns hier hochkann irgendwo. Hier, da soll sie hin. Hier soll sie. Mal gucken, ob sie sich hier hinstellen kann. Tut sie das? Nein, tut sie natürlich nicht. Sie wird sterben. Gott, wir müssen die hier unten beschützen. Ne, das wird nie was. Oh Gott, wir gehen so auf rot, ne? Ich habe mal einen Bus für Mädelskruz gesehen, die alle geändert haben. Aber sie waren squirming und banging auf den Windeln. Warte mal, was passiert, wenn die da ist? Ich stelle mich jetzt neben dir einfach und schnappst da mit dem... Wir können die ja liegen lassen, einfach. Ich beweibe die genau im richtigen Moment. Und dann kommt die da nicht durch. Das geht aber auch gerade. Wir haben das Schlimmste schon. Oh, da ist er. Scheiße, ich liege. Nicht auf rot kommen, auf jeden Fall. Oh, schnell, 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 schnell. Ja, okay. Gehen wir hin. Hilfe. Vorsicht. Ich revive, ich revive. Okay, alles gut. 23. Du hast kein Schali mehr. Ja, nicht schießen. Oh, ich bin fast tot. Wir können ja sagen, dass sie hier bleiben soll. Hier. Stay hier. Da soll sie bleiben. Zehn Sekunden noch. Wir haben es auch fast. Wir haben es auch fast. Geh mir. Geht der Esser. Alle in die Area. Alle hin. Alle schnell in die Area. Kotze. Komm her. Ja, easy. Haben wir eben nochmal so mitgeswaggt, ne? Wow. Ja, ganz locker. Finito. Die erste Mission, die wir mal wirklich locker geschafft haben. Heilige Scheiße, ey. Meine Fresse, was das war. Ja, und auf jeden Fall. Vielen Dank an euch. Ich glaube, das war es jetzt auch erstmal. Wenn ihr mehr davon sehen wollt von The Walking Dead Overkills, dann lasst es uns wissen. Gerne. Schreibt es in die Kommentare und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir dann auch noch eine Session von der Vollversion und so weiter. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das reicht dann auch für The Walking Dead für heute, ne? Ja. Ja, das kann ich auch. Das war dann aber auch jetzt echt ein Abenteuer. Heiliger Bim Bamino. Ja, haben wir jetzt alles? Wir haben alles gemacht, was man da betatzen konnte. Okay. Und ich glaube, auch einen guten Einblick geliefert, würde ich mal sagen. Ja, glaube ich auch. War ja schon abwechslungsreiche Missionchen. Sollen wir jetzt noch einen Stream machen vielleicht, liebe Freunde? Ja, ist auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, ich komme gleich. Genau. Ja, hat Spaß gemacht. Hat richtig Laune gemacht, fand ich auch. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder beim nächsten Streamen oder beim nächsten Video. Ich glaube, ich werde jetzt gleich noch eine Runde Assassin's Creed zocken. Oder so. Alles klar. Bis dann. Viel Spaß. Ja, Freunde. Bis dahin. Ciao. Höhö. Höhö.